was los ist wieso stört euch das keine ahnung fußspuren hast gesehen nur die hatten jetzt zehnjähriges pittsmitt krass aller ich auch nicht ich habe nur auf insta gesehen wie jay so einen kratzen kuchen bekommen hat ich weiß wie hat jetzt ausschaut nee gar nicht echt ja denn da die ist es für mich voll raus wir stimmt das ist eine gute idee ich stelle es auch noch hoch extra für das video ich will mal in der aufnahme von mox das ist nice es ist ein kängur oder so ja nur das mal kängur oh yes ich bin kängur oder mox Sixty-Nine, to number nine. Noise, wenn ich aufnehme, habe ich mehr FPS als wenn ich nicht aufnehme. That's logic. Aber CS braucht ja auch praktisch nichts. Hallo? Sicher. Ich habe jetzt so eine Rechnerleistung. Oder? Yes. Oh nein. Nein. Ja, ich bin demnächst immer aus dem Flick hat auch runter, ich habe zweieinhalb. Bitch, stirbt doch! Ich finde das macht am meisten aus. Ich bin jetzt sehr gewohnt mit diesen roten Runden zu können. Warte! Oh man ey, warum tut das nicht? Ich habe gerade was in der Konsole eingegeben. Genau in dem Moment hat Max den Chat was geschrieben und das wird auch in der Konsole angezeigt. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, weil ich nach der Konsole habe mir geantwortet. Übrigens wenn du deine Waffe über die Kante dort schmeißt, wenn du deine Waffe über die Kante schmeißt, viele tun dann wirklich auch ihre Waffe weg und dann in so ein Knife-Duell machen. Du hast mich mal verstanden. Cool, ich habe gerade voll gewusst. Wer wir denn so hart auf die Fresse bekommen, ich sehe es schon. Baby. Yes. Hello. Hallo. Mach auf. Wow Julius, bist du brutal, Alter, Junge. Hey, sie sitzt Counter-Terrorist gegen Pop-Band. Yes. Aber ich... Oh, Hardcaller. Die machen sich jetzt gleich ins Höschen und wir nur so... Bist du zum Aufnehmen? Yes. Schon voll lang. Weiß in Mitte. Alles klar, Herr Kommissar. Und zwei Bananen. Bananen pusht jetzt aber durch. Holt euch mit und plantet. Oh mein Gott, oh mein Gott, aber... Plantet. Nice, Thomas. Habe ich den gewischt? Yes. Siehst du ja oben rechts. Loll, was? Alter. Boah, hast du mir den Arsch gerettet. Und du hast mich auch angeschossen. Sorry. Das ist halt hier vergeben. Oh, der kommt. Interview. Fuck. Er misch ihn. Nice. Julius ist halt einen richtig retardeten Crossbow... äh, Crossbow. Crossbow. Ja. Junge, benutzt doch mal eine richtige Waffe, Julius. Hä? Was ist... Woher war das nochmal? Was? War das nicht mal ein Insider? Ich weiß das nicht mehr. Was denn? Weiche Taktik wie immer? Ja, also... Da war doch mal eine richtige Waffe. Das hat doch mal irgendwer von uns gesagt. Ach, dich... Ich, äh... Was ich grad sagen wollte, der Noll hat schon grad ein bisschen geschwitzt. Als wir immer weniger Leute wurden gerade in der ersten Runde. Hört die dann auch so geschwitzt. Hört man das? Ja. Ja. Oh! Oh! Oh Mann! Ui! Dreie Leute war nach... Alter! Du hast da grad in ne Menge Läufe geschaut. Hier, eh planted, die letzten sind Bananas. Komm, komm, komm. Ja, scheiße! Vor allem hab ich einen AK. Ja, die haben sie jetzt. Aber Julius macht jetzt klackle, klackle. Ja, irgendwie ist jetzt alles an dir. Du Nummer 9! Nice! Wahrscheinlich Balkon, oder? Nein, der ist bei Niki. Ich schaue auf den Spot. Ah, Mann! Scheiße! Man ist nicht tot! Hast du geblättert? Echt zu dem Nahlader, Niki. Nice! Ein schöner Ace. Danke schön. Warte, war das ein Ace? Ja. Das ist der Overkiller. Niki, meine ich. Ich meine, Noll. Suritale, Julius! So viele Angst. Kann ich den AK, bitte? Ich will den Noll geben, weil es den AK ist. Verdammt! Oh, ich stehe. Ja, nein. Okay. Understandable, Max. Understandable. Das klingt geil. Ja. Das klingt geil. Das klingt geil. Das ist der Grund, warum ich den AK wollte, Mann. Understandable, Max. Ja, have a nice day. Das war auch Max. Bruder, Alter. Oh, Alter. Oh, ja. I'm dancing right before you, so. Dance for me, dance for me, dance for me. Stirb! Fuck! Das gibt's doch nicht! Der ist low, Julius. Der hat noch 20 AP. Eine Honey. Nice. Komm, Julius. Ein Schuss. He's fucking dead. Der ist unten. Nice. Sehr schön. So viel zu meinen Call. Der ist unten. Ich hab da Arch und so Zeug. Was, wenn er von Mid kommt? Null. Du bist der Marsch. Du bist der Marsch, Bruder. Keine Waffe. Schönen. Der ist unten. Ja schön. Darf ich den vier? Mit der Kass sack ich gerade hart. Ja, komm. Schau mal. Die ist doch auch teuer, oder? Weiß ich nicht. Die Frosted Misty? Ah nein, die Nitro. Keine Ahnung, was ist denn die Nitro? Die Nitro-Einspritze, oder wie? Was ist die, die du hast? Ne, das sehe ich jetzt nicht an. Die schaut voll wack aus. Oh, deine AK hat... Spass, die Katze. Meine AK, ja, das kann gut sein. Was für ein Kleber drauf sind? Shiny Ding, ne? Ich glaube nicht. Stehen hier? Shiny! Da ist der AWP, Mitte. Molotov aus. Molotov aus. Fuck. Ich bin jetzt schon low. Was wirkt? Warte. Eiste geht, null so. Nice Thomas, nice. Warte Thomas, warte, warte, warte. Ist er down? Mitte, Mitte, Mitte. Das ist er down. Nice. Cheers, direct. Cheers, dealer. 20 AP. Nice Julius. Oh Mann, was geht denn? BWM4, 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 BWM4. Nein, kill sie schon. Bruder, ich hab null Kills. Ja, ich hab auch nur eins. Danke. Aber Julius, Julius räumt ab. Alter, Julius, du hast elf null. Boah, Julius. Auf dir. Was ist das jetzt? Ja, jetzt sterb ich, jetzt sterb ich nur noch. Sorry, sag ich euch. Jetzt sterb ich nur noch. Don't call it, bro. Ja. Alter, was war das denn? Wollte nur in den Ding rein, in den Balkon einschießen. Einig. Wow, ich hatte ein Hit gemacht mit der Granate. warte die bombe ist du bist teil des teams teil des teams ich bin genau falsch von mir victory smells delicious i don't know i never smaled victory before I'm a fucking retard Hilfe, ich hab Angst. Komm. Guck mal an, die Bombe ist dauernd. Oh, shit. Da ist Arch, einer. Bax, mach nicht. Keine Steps. Bruder, ich bin nicht bei dir. Letzter Arch, oder was? Der ist noch nicht losgerannt. Bax, da ist rechte Seite. Muss mehr, ja nicht. Ja, Julius hat fast wieder einen Ace gemacht. Ich hab einen Nitro für dich. Äh, warte, ich hab hier einen. Ach, Julius, der alte Cheater. Null, wolltest du M4, Max? Nee, ich nehm die M4 und die Null. Ich nehm sie so schoisch, gut. Ja, okay, dann nimm sie halt. Nein, wenn du sie willst. Das hat er doch gerade gesagt. Nimm sie halt, wenn du sie willst. Okay, dann nehm ich sie halt. Ich mag, wenn du die Glücksack deckst. ABP? Eine Gebrenn, die überraschend für sie. Keine ABP vielleicht, aber ein Spiele. Oh Mann, oh Mann, Hilfe. Was denn, Siltschoppel? Wo hab ich gesmacht? Schön in Mitte, oder? Vorsicht, Nicky. Warte, ich werfe Blankgranate. Gefährlich so zu dritt. Warte mal. Free Fire. Au, au, au. Fast tot, fast tot. Okay, B ist clean. Jetzt bin ich... Eis, Eis frei. Okay, ja. Scheiße, Library. Letzte Library. Library, Nicky. Wo schaust du hin? Da hinten ist Library. Ja, schön. Und... Ja, musst du schon 100 machen. Ja, musst du schon 100 machen. Hast du verkackt, Julius. Ja, das schon, wenn du dich darauf konzentriert hättest. Ja, was? Du bist wie so ein Kopf. 15.000 Geld. 15.000 Geld, Alter. Alter. Ne, ne, ne. Behalts mal noch. Behalts mal noch. Aha, ich bin halt's Maul. Oh, wow. Das ist mit Tiki, Max, oder? Yes. Oh, ja. Was ist, Max? Ich bin gerade zurück. Hast du ihn? Nein, der ist noch am Weg. Wo war's? Der ist dort Graveyard. Graveyard, pass auf. Danke, Julius. Bitte. Ja, genau, Niki, kill ihn. Schau weiter auf ihn. Ihr lebt doch noch, oder? Achso, nein, ja. Sorry. Noël, wo du schießt? Nice, Thomas. Nice, Thomas. Danke. Er ist auf Spot, auf Spot. Thomas. Zur Bombe. Zur Bombe, zur Bombe, schnell, schnell, schnell. Einfach schießen, dass er abgelenkt ist. Nein, weiter liegt, weiter liegt. Nice. Noël, du musst mehr bei uns bleiben. Sehr schön. Scheiße, erste Runde, wo ich jetzt gestorben bin. Ja, in der achten dann. Kann schon mal passieren, gell? Nein, das ist schon weg für mich, dass da was passiert. Nach 18 Kills. Julius, brauchst einen Drop? Soll ich dir was legen? Ich weiß nicht. Aber du brauchst den Niki durch sieben Assists. Ja. Wie du jetzt schon mehr abgehörst, auch wenn du Sets umgeschaltet hast. Was hat er gemacht? Er hat seine Maus-Sensitivität umgeschaltet. Wir können wieder mit den Boys tourieren. Boas. Boas. Pass auf, da kommt... Nice, Thomas. Wo war der? Der war Ebs, aber der ist da oben. Also einer ist noch bei mir, bei der anderen. Geh mal mit ins Team. Geh mal mit. Ja. Scheiße. Run away! Ich bin... Ah! Scheiße. Well, first lose, no problemo. Wir haben so viel Geld. Nein, ich glaube, der Zardust kaputt. Kann ich droppen. Ja, das ist nervig, gell? Äh, krieg mal was im Gattash. Äh, die ist da AK oder Galil? Äh, die... Galil. Ich kann ja auch AK droppen. Ich versuche auch mal wieder Galil. Schön. Geil, Galil. Wer flasht da immer? Ich? Weil du flasht mich immer. Jedes Schmal, Digga. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Du dich doch da nicht so aufstacken, Boys. Ich... 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 Scheiße. Direkt unten rechts. Du löst. Alter, ich hinterfliegst. Oh Mann. Einer ist auf B. Es können nur zwei auf A sein. Well, you löst. Klatscher Kick. Nein. Ja. Jules Chucky ist hinter dir. Oh mein Gott! Yes! Rein weg! Gott, wirklich. Da weh, da weh. Niki, shut the fuck. 40 Sekunden. Keine Sorge. Ich hab Eier in der Hose. Nicht. Nicht. Tja. Hättest du lieber mal ne... Fucking... Anti... Bullet... Weste angehabt oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Angehabt, Max. Ne. War nicht gut genug. Bist ihr gestorben, oder? Hä? Was machen wir? Kaufen wir? Kaufen, ja. Wollen wir mal nen B-Rush machen? Alle zusammen? Ja. Ja, Sir. Okay. Kommen alle jetzt zusammen B-Rushen. Bitte. Fertig. Fertig. Oh nein. Oh nein. Komm, Ari. Komm, Ari. Du bist frei wegen. Lass es kommen. Komm, komm, komm. Waren alle tot. Es brennt ganz. Ja, dann smoke's doch. Ich hab doch keinen smoke. Bruder. Bruder, was ist los? Ich hab Bananen. Dann kauft ihr halt nen fucking smoke. Ja, okay. Kaufen. Stell euch mal. Ich gucke weg, gell? Nice, Julius. So läuft das hier. So nicht anders. Der Hase läuft. Komm, geh nicht zu weit weg. Geh nicht zu weit. Ja, Julius. Nice Wallach. Ja, echt so. Ja, gut. Ah, scheiße. Eine ist close banana. Der hat sich meine AK genommen. Komm, einfach alle Grenaten rausspallen, die wir haben. Ja, aber warte. Es ist nur eine. Huh. Haben. Ja, ein Ray-Controller. Point. Das flasht, Alter. Ja. Da sehe ich die Arme. Fuck. Ja, da können wir jetzt nichts tun. Kann einer, kann einer Arme kaufen, dass wir kontern können? Kauf mal, Thomas, kauf mal für Noel Arme, bitte. Oh, ja, bitteschön. Scheiße. Dankeschön. Machen wir doch mit dem B-Rusher doch nach unten. Ja, können wir machen. Ich will jetzt endlich mal diesen Pick holen. Der, der schaut nie raus bisher. Doch, der springt da immer durch. Ich bin immer zu spät. Ach so, dort meinst du? Ich dachte jetzt B-Picken. Hilfe! Jetzt niemand seine AWP holt? Echt jetzt? Ach, scheiße. Da ist nur einer. Ich sehe leider nichts. Ja, push raus. Ihr seid zu dritt. Hey, komm mal einer zu mir. Ja nun? Komm, komm auf mich. Komm auf mich. Auf mich, Kumpel. Wollt ihr mich überraschen? Ja, ja, ich sehe. Okay. Ich. Ich. Genau das, was wir nicht geplant haben, aber ist nice. Zwei. Nice. Fuck. Ja, wow. Nicht so gescheit, ne? Warte, wenn man die CS höher kommt, muss man ducken und springen gleichzeitig, oder? Was? Wenn du was? Wenn man ein bisschen höher springt. Ich konnte nicht auf mich springen. Ja, du musst ducken und springen gleichzeitig. Nice. Das hat, ich glaube das kam jetzt ein wenig falsch bei dir an. Ich habe verstanden, wenn du genau schießen willst, musst du ducken. Nein, nein, nein. Hinter dir! Oh, natürlich doch. Nein, geh einfach planten. Ja, aber so. Ich wusste nicht, dass Noel die Bombe hat. Der Noel will auch nicht planten. Geh auf Crack! Geh da drauf, ja. Das ist der offensichtlichste Spot. Ja, aber das ist der beste Spot. Das ist OP-Spot. Jetzt nicht mehr. Ja. Ja, warte. Doch, doch. Oh, shit. Molly, Molly, Molly! Hab ich nicht. Doch, hab ich nicht. Doch, hab ich nicht. Hab ich nicht. Nimm sie wieder auf, so. Oh, nice! Nimm mal K mit. Noll, der ist tilted. Hahaha. So wie du heute, Noel. Ja. Das war so ein Hacker, Momo. Da krieg ich safe eine Meldung. Aber vorher. Vorher war der Noel A's drauf. Ich liebe den Noel Raged. Was? Raged ist wie blau. Oh, okay. Stopp. Blau! Blau! Oh, boy! Oh, boy! Oh, boy! Den hab ich grad so den Lucky gegeben. Komm, pushen! 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 Los! 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 Ich will nicht der Erste sein. Okay. Wir müssen halt jetzt nehmen. Ich gebe dir Epps. Ah, da ist' er. Gib doch! habe ich so oder so müssen weil ich angeschossen wurde alle zusammen full speed ja mal einmal links einmal rechts der ist oben links oben links ne der ist tot jetzt geht auf spot und es sind die letzten zwei sind 100 pro die safe immer 23 das ist auch die einzige taktik welchen sinn mal 0 du musst den ding nicht fangen dass kein baseball nein sie sind sogar genau wie fast das ist auch ein nice nur julius Facing doch nicht der schlecht nahe Ich habe gerade gemerkt das noch Null hat sich eh gut im Scope Renn welcher hat er gut im Scope Renn Jules Renn Ich meinte eigentlich nicht Ich meinte zu Null Hast du gesagt Renn Julius Ja ich dachte dir schon Du schaust zu Null Und ich sag zu Jules Renn Und du nur so Alles klar macht so eine Rechtskurve Ich kann was legen wenn jemand was bräuchte Ich kann auch legen wenn jemand drauf Aber schaut nicht so aus Keiner will was von uns nur Nein Doch ich will schon was von uns Du hast eigentlich fast geklankert Ja so ein Dickpix Ja aber du willst sowas nicht versenden Du bist ja ein bisschen wüde Es wird kein L4 Ich bin ja positiv gesehen Das stimmt allerdings Oh boy Refire Nice Lappen Ey die Bombe liegt da Thomas 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 die Bombe Die Bombe Nice Julius Geh einfach blenden Julius Ich bin einfach nett zu Thomas Und sag hier Thomas Blend du Nice Der hat abgebrochen Was für ein Lapper Nice Haben die anderen aufgegeben Nein Nein Einer ist raus Der geht B Ich geh mal B Okay Ich geh A Ich hab ein Kit Ich hab ein Kit Also was benötigen Ich hab ein Kit gefressen Ja da kommt B Nice Das war ein One-Hit Ein One-Hit-Wonder Der planten Nein Ich hab zwei Kills gemacht Achso Albeis One-Hit-Wonder Jetzt kannst du endlich mal Ohne mit mir Dings zu kommen Schauen wo ich meine geile Flash Nimmst du zum Beispiel Wenn du ein Video schaust Checkst du Na warte ich Ich komme jetzt bitte mit Jetzt verkack ich sie sicher Das Problem ist ja Wenn du sie hier so schmeißt Und wenn ich sie jetzt aber hier so Gegen das Dach Und dann prallt sie genau dort an der Kante ab Und explodiert genau dort An der Wand quasi Wo er ja schaut Und er wird dann eigentlich Voll geflasht Könnte er A werden Tatsächlich ein Nice Oder Nigi Gell Keiner hat das geflogen auf B Thomas bleib einfach dort Schau wenn was kommt Ist da Ah Das war ne Ja Er eilischt A Jungs Er will man Zwei B Jungs Rotier Äh null Sorry Ich glaube die sind B Ja dann G Einer ist auf 80 Nice Ja es hier zwei haben mich angehittet Auf Spot Thomas renn Einer Boah Junge Zum Glück habe ich den noch gesehen Holy Jesus Onspot gleich Ah Fünf 95 hat der Der ist low Kommt 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 Geh Blech Die Füßen Eeeh Eeeh Entschuldigung Ab Du Du Mach mal Das kommt Das ist Sober Profi Schlange Schiss drauf Da ist da was Thomas Thomas ist halt Richtiges Was? Nein, ist Thomas. Das wird über das Master Chief geht. So, wie geht ihr jetzt? Keine Ahnung, wie ich das bekommen habe. Ich gehe B. Äh, A. Gehst du, was gehst du noch? Ich habe B. So wie vor eigentlich. Ich habe so Nail. Weiß. Verderbkannate. 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 Eigentlich ist er A. A oder B. A oder B. A oder B. Fuck, eine AWP. Oh, oh. Ah, fucker. Keiner hat das Gericht, Max. Zieh dich mehr zurück, Null. Geh Graves an. Du bist safe. Ihr seid nur noch das Wort. Der ist low, Thomas. Nice. B. Ja, die ist bei mir, die Bombe. Zwischen mit und second mit. Sie ist liegt second mit. Na, ja... Irgendwo lag noch eine... Ich bin die Ruhe selbst. Beruhig, Max. Pedder. Ich bin über mich selbst. Was bist du? Du bist nicht du selbst. Ja, das weiß ich schon lange. Nein, passt. Ich bin heute meine Sinne. Sch, 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 sch. Hinter dir, Thomas. Nein, nicht da hinter dir. Mal rechts. Rechts. Er ist ja bei mir. Da oben oder was? Nein, links. Oh, der ist ja bei mir. Links oder... Ja. Er ist auf Seite. Kannst rennen. Hörst du den nicht? Was war das für ein Move? Er ist auf Spot. 360. Ist er jetzt bei A oder bei B? Bei A. A ist A. Er ist low, oder? Da oben, Thomas. Ah, scheiße. Nice try. Nice try, Thomas. Easy. Oh, jetzt habe ich kein Geld mehr. Lasst Banana rushen, oder? Ja, klar. Ich hole mir eine Nade. Ich nade dazu erstmal rein. Dann geh du aber zuerst rein. Also raus. Yes. Mir so, ja, kein Geld, Thomas. P90. Geben wir jetzt alle den gleichen Nade? Yes. Yes. Das heißt, ein Rush. Rushen. Das hat er nicht gezogen. Ja, die haben nicht recht. Ja. Nein. Oh, Juni, hab ich das überlebt, Alter. Man. Das war ein guter Marsch. Und die Granate so. I've got it. Both carry so. Shhh. 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 Why did that haveप呢? Das war verrückt. Shhh. 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 Be well played. Ich muss erst kurz telefonieren. Ja, dann warten wir kurz, oder? Mit deiner sexy Baby. Oh, jens. Oh, ja. Sag liebe Grüße. Sag ich gerne. Sag liebes Grüße. Ich bin gleich wieder da. Wir sind Dickpics. Ciao, ciao.